Willkommen beim Podcast der Handwerkskammer Koblenz. Mein Name ist Florian Wagner. Heute bei mir Petra Laudemann von der Mobilitätsberatung der Handwerkskammer Koblenz. Willkommen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Hallo Frau Laudemann. Die Mobilitätsberatung, können Sie kurz beschreiben, was verstehe ich darunter? Also wir Mobilitätsberater unterstützen Auszubildende und junge Fachkräfte im Handwerk bei der Organisation eines Auslandspraktikums. Das heißt, wir bieten ganz konkrete Auslandspraktika an, aber wer auch vielleicht auf eigene Faust ein Praktikum organisieren möchte, findet bei uns Unterstützung, was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, was Versicherungen angeht und natürlich die finanzielle Förderung. Okay. Und in welche Länder wird entsendet? Wir entsenden ja in viele verschiedene schöne europäische Länder. Das ist Spanien, das ist Österreich, das ist Frankreich, Irland, Finnland. Habe ich was vergessen? Ich glaube nein, aber darüber hinaus haben wir unterschiedlichste Kontakte auch nach Portugal, nach Dänemark. Das heißt, also kommen Sie mit Ihrem Wunsch zu uns und wir gucken einfach, was wir daraus machen können. Seit wie vielen Jahren machen Sie das bereits? Wir sind seit 2009 dabei. Das heißt, wir sind jetzt im zwölften Jahr und haben auch entsprechend Erfahrungen sammeln können und wissen ganz gut, was wir tun. Gibt es besondere Aktionen oder Entsendungen, auf die man nochmal aufmerksam machen könnte? Also wir organisieren Gruppenaufenthalte. Das heißt, mehrere Leute fahren zusammen in ein bestimmtes Land oder eben auch Einzelaufenthalte. Das kommt eben auch immer darauf an, was der Einzelne so machen möchte. Besondere Aktionen, die mir so einfallen, also besonders spannendes Land ist Island, wo wir immer wieder auch Leute hinschicken. Anfang des Jahres war ein Azubi in Neuseeland. Also wir können mittlerweile auch weltweit Azubis fördern, nicht nur innerhalb Europas. Und im letzten Jahr, das war also auch eine spannende Geschichte, da waren wir mit Konditoren auf La Réunion. Das ist zwar Frankreich und damit Europa, aber doch mitten im Indischen Ozean bei Madagaskar. Und das war natürlich ein exotisches Abenteuer für unsere Azubis. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Nun, die Corona-Pandemie, die hat Einfluss auf unseren gesamten Alltag. Wir spüren es überall in unseren täglichen Abläufen. Können Sie kurz skizzieren, was das für einen Einfluss auf die Mobilitätsberatung hat? Also im Moment ist es so, dass wir niemanden entsenden und auch niemanden bei uns als Gast aufnehmen, weil die erste Priorität, das ist für uns ganz klar Sicherheit. Und wir möchten auch auf keinen Fall irgendwelche Risiken eingehen. Entsendungen, die für dieses Jahr geplant waren, die haben wir verschoben. Wir haben für Mitte Oktober eine Entsendung geplant. Wir müssen aber sehen, ob wir das tatsächlich durchführen und nutzen im Moment die Zeit, um einfach für die Zukunft neue Partner im Ausland zu finden, um einfach weiterhin auch neue spannende Praktikumsplätze anbieten zu können. Wir werden neue Projekte anbieten mit Frankreich. Ich bin in Kontakt mit einem Betrieb in Spitzbergen. Das ist fast am Nordpol. Ich habe geguckt, gut 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt. Da hoffe ich natürlich sehr, dass was draus wird. Wir sind unterwegs in Sachen Norwegen als neues Partnerland und ja, haben also auch da immer wieder neue Angebote. Das heißt, es geht weiter. Es wird weiter geplant. Es gibt weiter Mobilitätsangebote, über die man sich auch informieren kann, sowohl bei Ihnen direkt über petra.laudemann.hwk-koblenz.de oder auch telefonisch unter 0261 398 337 oder über die Homepage der Handwerkskammer www.hwk-koblenz.de. Frau Laudemann, vielen Dank für das Gespräch. Das werden wir sicherlich wiederholen. Zum Schluss bedanke ich mich an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020